Hallo, willkommen zur Graphematik-Vorlesung. Da ist auch Phonologie und Phonetik mit drin, denn für das Deutsche muss man das eigentlich immer in einem machen. Und Sie sehen dann, warum. Der Plan für heute, wir sprechen über Graphematik als Teil der Grammatik. Nicht alle sehen das so, dass Graphematik ein Teil der Grammatik ist. Und dann verschaffen wir uns einen kleinen Überblick über Schreibprinzipien, was Schreibprinzipien überhaupt sind. Und Graphematik, Schrift und Schreibung, damit beschäftigt sich die Graphematik. Die Schrift, das ist zunächst mal das Inventar von Schriftzeichen, in unserem Fall hier die Buchstaben und ihre Funktion und Relevanz als einzelnes Zeichen in einem System von Zeichen. Also was zeichnet das A als Buchstaben zum Beispiel aus und wie steht das zu anderen Zeichen im System? Die Schreibung hingegen beschäftigt sich mit dem Aufbau größerer geschriebener Strukturen, also Wörter zum Beispiel, Wortgruppen, Sätze, einschließlich der Interpunktion. Das sind also zwei verschiedene Dinge, Schrift und Schreibung. Graphematik ist nun erstmal nichts anderes als die Codierung von Grammatik in Schrift-Artefakten, den eben genannten Buchstaben, die sich dann eben zu größeren Einheiten zusammensetzen. Sie kennen phonologische Prinzipien, also dass das R, das Phonem, wenn Sie das so gelernt haben, das zugrunde liegende Segment R mal als R realisiert wird, ausgesprochen wird wie in Rat und manchmal eben nicht wie in Bar. Also es heißt nicht Bar, sondern Bar. Und wir schreiben hier aber tatsächlich auch einen und denselben Buchstaben, nämlich das R, so wie Sie es hier sehen. Sie kennen vielleicht auch sowas hier, also das sogenannte Silbengelenk. Wir wiederholen das alles, keine Sorge. Also in Mathe zum Beispiel haben Sie ja nicht wirklich zwei T. Wir schreiben zwei T, die markieren aber nichts anderes als, dass da ein sogenanntes Silbengelenk ist. Auf der morphologischen Seite haben wir so etwas wie Tritt. Das schreiben wir mit Doppel-T. Warum eigentlich? Naja, eigentlich, wie Sie sehen werden, nur weil es das Wort Tritte gibt. Da haben wir ein Silbengelenk und da müssen wir ein Doppel-T schreiben. Und weil die morphologisch zusammengehörigen Formen eines Stamms idealerweise im Deutschen möglichst gleich geschrieben werden, haben wir auch hier bei dem Tritt im Singular ein Doppel-T. Die sogenannte Stammkonstanz. Dann haben wir die Trennung von syntaktischen Wörtern durch sogenannte Spartien oder Spazien, wie auch immer. Also zum Beispiel Haustür, die Tür. Haustür ist irgendwie ein syntaktisches Wort. Da gibt es kein Leerzeichen. Bei die Tür haben wir es mit zwei syntaktischen Wörtern zu tun. Die und Tür. Und da machen wir dieses Leerzeichen. Die Nebensatzeinbettung markieren wir zum Beispiel mit Komma. Also ich weiß Komma, dass es regnet. Das sind alles grammatische Sachverhalte, zu denen die Graphematik etwas zu sagen hat. Wo die Graphematik also was anbietet, eine bestimmte Kodierung, um zu markieren, was da grammatisch eigentlich los ist. Vor diesem Hintergrund können wir uns jetzt anschauen, was die Graphematik zu sagen hat, wenn was nicht in Ordnung ist. Fiene findet, dass die Schuhe gut aussehen. Ja, da stimmt was nicht. Wenn ich Geld hätte, nehme ich den Kopfhörer mit. Um voranzukommen, nimmt Fiene an der Fortbildung teil. Weil zurück bleibt der Tisch nur, wenn der LKW randvoll ist. Sie sehen sofort, zurück bleibt sollten wir eigentlich als zwei Wörter mit einem Leerzeichen, Spatium getrennt, schreiben. Was wir hier haben, ist im ersten Fall, bei diesem Das, eine einfach eine falsche lexikalische Schreibung. Das Wort existiert mit einem S. Es ist aber hier die falsche Wortklasse. Natürlich letztlich einfach auch das falsche Wort. Wir haben ein Das, das ist ein Relativpronomen und wir haben eins, das ist ein Komplementierer. Hier ist einfach das falsche von beiden geschrieben worden. Da hat die Graphematik nicht so viel zu sagen, weil das letztlich eine Ausnahme ist. Das ist jetzt nichts, wo wir eine große Systematik finden werden. Wir haben im zweiten Fall ein ganz interessantes Problem. Da ist ein Segment falsch geschrieben worden. Sie könnten auch sagen, ein Phonem wurde falsch kodiert. Das ist Nehme, es sollte Nähme heißen, vorausgesetzt sie machen diesen Unterschied. Die Form Nehme gibt es aber durchaus. Das ist hier die falsche Flexionsform und das kann einerseits daran liegen, dass die Person, die das geschrieben hat, die Flexionsform nicht kennt. Dann wäre es ein morphologisches Problem, also eine morphologische Fehlschreibung. Oder die Person stammt vielleicht aus einer Gegend, wo man den Unterschied zwischen E und Ä nicht wirklich realisiert. Und dann klingt das Wort in beiden Formen, also der Konjunktiv und der Indikativ, klingt für die Person einfach gleich. Im nächsten Fall, also hier, haben wir eine falsche Wortklassenschreibung. Das Wort existiert, so wie Nehme auch existiert. Teil ist ein Substantiv des Deutschen. Hier ist es aber nicht wirklich das Substantiv, sondern es handelt sich hier um einen Bestandteil eines Verbs. Teil nehmen und sie wissen, dass bestimmte Verben getrennt werden. Aber Teil groß zu schreiben hier ist ziemlich absurd. Hier ist ein falscher, morphosyntaktischer Status dieses Worts, hier hinten kodiert durch die Großschreibung. Zurück bleibt der Schreibtisch, nur wenn der LKW-Rand voll ist. Hier haben wir eine falsche Wortschreibung, also hier sollte eigentlich ein Spatium im Wort sein. Es sollten zwei Wörter sein und nicht ein Wort. Zurück bleibt ist aber auch wieder eine Form, die existiert. Sie sehen, dass alle diese orange geschriebenen Wörter für sich genommen existieren. Hier wird was Falsches kodiert durch die Schreibung, obwohl die Wörter eigentlich existieren. Das sollte ein Spatium sein, weil die beiden Bestandteile unabhängig voneinander bewegt wurden. Erst wurde bleibt bewegt und dann zurück. Das ist kein Beweis für irgendwas, aber das ist ein sehr schöner Fall, wo man sieht, wie plausibel die Bewegungsanalyse für deutsche Satzsyntax ist. Kollegen im Fach behaupten manchmal immer noch, geschriebene Sprache, also das, womit wir uns in der Graphematik beschäftigen, sei irrelevant für die Linguistik. Es gehe uns nur um die gesprochene Sprache. Wenn Sie mich fragen, ist das eine ganz klare Ente, diese Behauptung. Argumente gegen Graphematik letzten Endes sind zum Beispiel, dass Schrift nicht natürlich sei, sondern dass sich das Menschen ausgedacht hätten. Wer sich die Geschichte der Schrift anschaut, wird bis auf wenige Ausnahmen feststellen, dass Schrift und Schreibung sehr natürlich und nicht geradeaus auf einem klaren Weg gewachsen sind. Man kann nicht davon sprechen, dass sich das Menschen ausgedacht haben. Das ist genauso dem Wandel unterworfen wie gesprochene Sprache. Dann wird zum Beispiel behauptet, die gesprochene Sprache sei im Erwerb primär. Also Kinder lernen zuerst gesprochene Sprache und dann geschriebene Sprache. Das ist zweifelsohne korrekt. Aber wieso sollte das heißen, dass Schrift und ihre Erforschung irrelevant seien? Verstehe ich einfach nicht. Nur weil etwas zuerst gelernt wird, heißt nicht, dass das als zweites Gelernte irrelevant ist. Dann wäre eine Menge irrelevant in unserem Leben. Außerdem hat es natürlich auch damit zu tun, dass die motorischen Fähigkeiten sich doch eher sehr langsam entwickeln beim Kind. Zum Beispiel können Kinder erst mit ungefähr drei Jahren einen Stift mit drei Fingern halten, so wie wir es zum Schreiben benötigen. Vorher ist das mehr so aus der Faust. Einen Kreis malen können Kinder erst ab ungefähr dreieinhalb Jahren. Wie wollen sie schreiben, wenn sie noch nicht mal einen Kreis malen können? Hier wäre der Erwerb der Schriftsprache wahrscheinlich auch viel früher möglich, zumindest in Ansätzen, wenn die motorischen Fähigkeiten ausreichen würden. Ein anderes Argument wäre, es gibt Sprachen ohne Schrift. Ganz viele. Die meisten wahrscheinlich. Aber umgekehrt nicht. Es gibt keine Sprache, die nur verschriftet und nicht gesprochen wird. Das ist so ein ähnliches Argument wie das hier oben. Denn ich verstehe nicht, warum wir uns deshalb nicht mit Schrift beschäftigen sollten. Es gibt viele Atome ohne Elektronen. Sogenannte Ionen. Das heißt, die Beschäftigung mit Atomen, die Elektronen haben, ist damit irrelevant. Sie sehen, wie absurd das ist. Aber warum sollte das bei Sprachen und Schrift anders sein? Dann wird gesagt, Schrift werde eben nicht spontan produziert. Nicht so spontan wie gesprochene Sprache. Wir haben sowas wie Bildungssprache im Gesprochenen und Geschriebenen. Die ist, wie man sagen würde, überformt. Das heißt, wir versuchen bestimmte formale Kriterien zu erfüllen mit Bildungssprache. Was wir nicht tun, wenn wir einfach nur einkaufen gehen oder uns mit unserer Familie oder unseren Freunden unterhalten. Das tun wir aber auch im gesprochenen Modus. Sie hören mich gerade Bildungssprache sprechen und ich reiße mich verdammt zusammen, dabei möglichst auch standardkonform zu sprechen. Ist das jetzt irrelevant? Irrelevant. Genauso wenig wie geschriebene Sprache auf Basis irgendeines dieser Argumente hier irrelevant ist. Was sind jetzt die berühmten Schreibprinzipien? Ich werde immer wieder im Verlauf der Vorlesung auf Schreibprinzipien zu sprechen kommen. Wir schauen uns das am Beispiel an. Hier sehen wir ein schriftliches Produkt einer Sechsjährigen, die gerade im Schriftspracherwerb ganz am Anfang steht. Hannah aus Berlin. Wann darf ich Wii spielen? Sie erinnern sich noch an die Wii, an die Konsole. Wir schauen uns das jetzt mal im Einzelnen an. Das Prinzip der Majuskelschreibung wurde noch nicht gelernt. Es sieht so aus, als habe das Kind bisher vor allem Majuskeln, also Großbuchstaben, gelernt. Das I sieht hier so ein bisschen wie der kleinen Buchstabe, also die Minuskel aus. Ansonsten sind das alles Majuskeln. Würden wir jetzt nach einem abgeschlossenen Schriftspracherwerb nicht mehr erwarten. Außerdem hat Hannah das Prinzip der Spartienschreibung nicht gelernt. Was heißt jetzt hier Prinzip? Na, ich habe eben schon mal angedeutet, wir trennen syntaktische Wörter mit Leerzeichen, also Spartien. Das passiert hier nicht. Die Zeile endet immerhin nach einem Wort. Das kann Zufall sein. Wahrscheinlich ist es kein Zufall. Ansonsten wird einfach alles in einem geschrieben. Die Schreibung Wann hier im ersten Wort mit einem N, das ist keine Prinzipverletzung. Wann mit einem N zu schreiben ist eigentlich falsch, aber gar nicht, was die Prinzipien der Schreibung angeht, gar nicht so blöd. Im Prinzip kämen wir sehr gut aus, wenn wir das mit einem N schreiben würden. Wir tun das nicht, weil das Eigenheit eigentlich dieses einen Wortes ist. Darf. Hier haben wir eine phonetische Abweichung vom Standard. Das Kind ist aus Berlin und sagt nicht darf, sondern darf. Das ist einfach ein langes A. Damit schreibt das Kind hier durchaus das, was im eigenen phonetisch-phonologischen System verankert ist. Es kann halt die Standard-Aussprache und damit auch die Standardschreibung hier noch nicht. Das hat erstmal mit grafematischen Prinzipien wenig zu tun. Ich ist einwandfrei. Das Wort wurde wahrscheinlich einfach so gelernt. Hier haben wir auch die einzige andere Minuskel übrigens. Wie, der Name der Konsole. Diese Dehnungsschreibung mit I, also diese Anzeige von Länge durch Doppelschreibung, ist beim I total atypisch im Deutschen. Das macht sie richtig, weil es ein Produktname ist. Bei Spielen haben wir was ganz Interessantes. Denn eigentlich haben wir im Deutschen ein Schreibprinzip, dass jedes Phonem, ich sage jetzt einfach mal Phonem oder eben zugrunde liegendes Segment, einem Zeichen entspricht. Diese Zeichen können auch aus zwei oder drei Buchstaben bestehen, wie in Ich, also Ich und Sch wie in Schön. Und hier in diesem Wort Spielen gibt es eine halbsystematische Ausnahme. Sie wissen ja, wir schreiben SP, obwohl wir SP sprechen an der Stelle und da auch kein S zugrunde liegt. Und diese Ausnahme vom Prinzip hat sie nicht gelernt. Diese Ausnahme, das vor bestimmten Lauten, wenn am Anfang des Wortes ein S steht, dass man das irgendwie atypisch ausspricht. Deswegen schreibt sie SCH. Außerdem schreibt sie hier ein B. Warum eigentlich? Da kommen wir vielleicht in der Phonetik, Phonologie nochmal drauf zurück. Das hat ein bisschen damit zu tun, wie wir nach Sch das eigentlich aussprechen. Nämlich gerade nicht als P, sondern spielen. Außerdem haben wir hier ein langes I, was wir mit IE schreiben im Standard. Wir schreiben da die Dehnungsschreibung. Die ist total komisch. Die IE-Schreibung, das ist eine Dehnungsschreibung wie keine andere Dehnungsschreibung. Das hat sie einfach noch nicht gelernt. Und der letzte Teil des Wortes, LN ohne E. Hier haben wir auch wieder eine phonetische Abweichung vom Standard. Sie sagt wahrscheinlich spielen und nicht spielen. Wobei das mit Standard eigentlich schon gar nichts mehr zu tun hat. Denn im Standard darf man das durchaus auch ohne Vokal mit einem silbischen L, wie man dann sagt, realisieren. Sie sehen, an wie vielen Stellen man hier linguistisch etwas zu sagen kann. Nicht alles davon ist wirklich primär grafematisch. Nicht alles betrifft Prinzipien. Vieles betrifft Ausnahmen von Prinzipien. Warum kann die Schülerin nichts dafür? Nein, erstmal, weil sie ganz am Anfang steht. Am Anfang macht man immer sehr viele Fehler beim Schreiberwerb. Außerdem wurde sie aber wahrscheinlich nach der Hinhörschreibung unterrichtet, wo man sagt, na schreib erstmal so, wie du es hörst. Und dann passieren ganz viele von den Dingen, die wir gerade gesehen haben, ganz typisch unter dieser Methode. Wir schreiben nicht, wie wir sprechen im Deutschen. Und deswegen hat es keinen Zweck, zu versuchen zu schreiben, wie man hört. Ihr Hinhören kann Hanna sehr gut. Sie realisiert da Sachen in der Schrift, die viele später nicht mehr bereit sind zu hören. Wie zum Beispiel, dass es keinen Vokal gibt bei den meisten Sprechern in Spielen hinten in der letzten Silbe. Das kann sie wunderbar. Außerdem ist sie eventuell nach der Ausprobierschreibung unterrichtet worden. Das sieht man daran, dass sie ganz viele Abweichungen von den Prinzipien einfach überhaupt nicht beherrscht. Das ist das Ergebnis des Ausprobierens. Wenn man nämlich einfach ausprobiert, hält man sich eventuell zu sehr an die Prinzipien und lernt die Ausnahmen nicht. Dann gilt halt auch das, was wir uns selber erarbeiten, also ausprobieren, egal wie alt wir sind, ob wir 5 sind, 6 oder 60, dass wir uns das besonders gut merken. Das heißt, diese Dinge, die sie hier falsch macht, wenn sie die ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre falsch machen darf, hat sie sich die wahrscheinlich sehr gut eingeprägt. Harte Prinzipien wurden hier offensichtlich nicht unterrichtet. Bisher zumindest. Spartien-Prinzip, Majuskel-Prinzip nicht. Das kann natürlich noch kommen. Da wollen wir jetzt auch nicht über die Stränge schlagen mit der Kritik. Das war es für heute schon. Das war nur die kleine Einleitung. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Wiederholung der Phonetik. Und wir werden dann über Phonologie sprechen, über das phonografische Schreibprinzip als Fortsetzung der Besprechung der Phonologie. Und das werden wir trennen in zwei Sitzungen, einmal Konsonanten, einmal Vokale. Dann reden wir über Silben-Phonologie und dazu gehört vor allem im Deutschen die Dehnungsschreibung. Dann sprechen wir über SZ, nochmal Dehnung und Konstanzschreibung. Dann geht es, Sie haben es schon gesehen, wir reden über Leerzeichen auch und über Großbuchstaben, Spartien und Majuskeln eine Sitzung. Dann reden wir eine Woche lang nur über das Komma. Da ist ja auch einiges zu zu sagen. Und dann nochmal über Punkt und sonstige Interfunktionen. Das ist der Plan für das ganze Semester. Zehn Sitzungen. Ich hoffe, Sie schauen sich die nächste Vorlesung auch an. Bis dahin. Vielen Dank.